Ja, Sie haben gehört, ich bin Jongleur, also wahrscheinlich der einzige hier im Raum mit einem seriösen Beruf. Und ich weiß, was Sie jetzt denken. Sie denken jetzt, was macht der Typ hier? Sollte da nicht besser in der Fußgängerzone stehen? Ich finde es auch ein bisschen komisch, aber ich muss halt machen, was die Frau vom Jobcenter verlangt. Ich werde jetzt hier für Sie 30 Sekunden mit diesen fünf Bällen jonglieren. In diesen 30 Sekunden muss ich 300 Fehlermöglichkeiten umgehen. Meine Hände werden eine Strecke zurücklegen von 90 Metern und zwar hier in diesem Raum. Und Sie werden vergessen zu atmen. Einen roten Teppich für Sie. Würden Sie mir einen kleinen Gefallen tun, legen Sie sich einfach mal mit dem Rücken hier drauf, Kopf auf dieses Ende. Sie glauben ja, dass ich das schaffe. Fehler gehören dazu. Wie stehen Sie in Ihrem beruflichen Umfeld zum Thema Weiterentwicklung und Fehler? Als Jongleur habe ich einen Trainingsraum. Da kann ich reingehen und kann neue Dinge ausprobieren, ganz für mich, bevor ich die in die Performance bringe. Wie machen Sie das? Haben Sie ein geschütztes, vertrauensvolles Umfeld, in dem Dinge weiterentwickelt werden können, in dem Sie auch testen können? Lernen, Fortschritt ohne Fehler, das ist nicht möglich. Und am schnellsten lernen wir, wenn wir uns unsere Fehler zunutze machen, wenn wir aus jedem Fehler Kapital schlagen, aus jedem Lapsus eine Lessons learned machen. Und in manchen Fettnäpfchen stecken sogar wahre Goldschätze verborgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.